Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie ist es gewesen dort, wenn du mit dem Gruschtverlangenzeiten noch auf die Abt bist gegangen? Sagt der Vater, wir sind halt gegangen durch eine dunkle Wolke. Und wenn wir in der Mitte rein zum Klausenbrickchen kommen sind, da kommt der Bär ins Gegengewackelt, das hat das ganze Brickchen genackelt. Das Bibel kann das Schiri befassen. Haben Sie nachher eingeladen geschossen? Nur, wir sind ja so erschrocken, haben uns gleich gemäßt niederhocken. Und, fangt das Bibel wieder an, was hat der Bär denn nachgetan? Bibel, Bär denn ist sein Laden, gefressen hat er uns alle Bär denn. So. Und jetzt, machet den Tuch, gut nach, gut nach, fährt den, schlafen zu gut. Grüß dich, Josef. Hoi, grüß. Du tust fischen sicherlich gerade, ha? Und, wir beißen sie? Ja, kein Titzbier. Aber gestern. Da hann ich aus dem Däubenbachle einen Karpf rausgezogen. Ja, der war so groß. Die Frau hat ihn gar nicht in den Bann reingebracht. So groß war der. Du wärst ja nicht sagen, dass er gräser gewesen ist wie ein Wagerrasle. Du sag mal, wie viel Gickes hast du mitgekriegt, ha? Ja, nein, mein Blaschen da. Oh, was? Mir ist schon saukold. Geh, geh mir ein Glaschen, bring' ich her. Ja, ja. Na, was geht's noch? Hoi, ganz ein Haufen. Du, ich bin jetzt kein Tausend gewesen im Monat gereizeln. Und da haben wir sie vor einer halben Stunde. Ein Haas geschossen mit 14 Kilo. Mit 14? Mit 14? Mit 14 Kilo. Ja, 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 ja. Du findest ja wohl. Ein Haas mit 14 Kilo. Ein Haas mit 14 Kilo. Drei Kilo Fleisch und elf Kilo Schwert. Das ist grad der gleiche Hose, wie dein Karpfen gewusst ist. Ja. Du, jetzt sag mal. Ehrlich, ganz ehrlich. Jetzt sag mal, wie groß ist denn dein Karpfen wirklich gewusst? Ja. Äh. Ehrlich? Aber Selog hat er rausgestellt. Nein, nein, nein. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Zum Wohl. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Und das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. Und das ist etwas, was du durch den Rekorden hast. und wenn die Leute aufwachen, dann gibt es hauptsächlich eines was es braucht, eine Madlerunterweisung. Beim Madlerfest, da hat der Grat eine Unterweisung gehalten. Jungen Madlern geht es hinten an, ihnen schadet es nicht, ihnen Alten. Zuerst kommt der Glauben, zuallererst. Kleintraue tut Hoffnung hängen und nachher ist ein alter Brauch, zuallererst tut man die Liebe anfangen. Bei eng da ist es umgekehrt gerade. Zuerst die Liebe, da seid es ganz gestorben, in die Hoffnung kommen sie nach und zuallererst tut sie das Glauben. Zuerst die Liebe, da seid es ganz gestorben. Verlangen馬, wo lange zweit daus. Zvich trait man auf die Sleut, und sonne scheint grau. Erspachl das Hinde, und wär's ne Woche auch. Viel Wimler schublier'n, ein Wald auf'n Hang, viel Greckle herrschleit'n, ging'n Gang, ging'n Gang. Der Spielhund und Polzern, ein Jager geht Raum, kommt kaum mehr auf'n, wär's ne Woche auch. Von Blumenkret im Garten, wir haben's so schön blüht, wir haben'n alle auf'n gleichtet, als wir so nix blüht. Hat Dittland auch des Greiber'n, nach einer Lühe ob'nacht, und hat's ihm und meine Blümle ein Duller, ein Föhr gemacht. Das Greiber'n, das Grem'n angere, in Wörter'n, in Wörter'n, bei der die Flamme nach einer Lühe, übern die Wörter'n, Und Blumenkrieg im Garten, die Haare so schiebriert, die Haare da glatt gleitet. Es wär so nix mehr. Jetzt mag jetzt die Welt erst zummeln, mein Garten hat da langt. Da steig schon alle Kippen, die vorn machen kann. Ja, so isch es auch im Leben, ein einziges Wärtlefalt, ein Liebespalt da vorn, ein Liebespalt da vorn, ein Liebespalt gleich halt. Ja, so isch es auch im Leben, ein einziges Wärtlefalt, ein Liebespalt da vorn, ein Liebespalt gleich halt. Ja, so isch es auch im Leben, ein Liebespalt da vorn, ein Liebespalt da vorn. Ja, so isch es auch im Leben, ein Liebespalt da vorn, ein Liebespalt da vorn. Amtliche Bekanntmachung an die Bürgerinnen und Bürger von Humiste. Der Gemeinderat hat in seiner historischen Sitzung 100 Jahre Stadtimst folgendes beschlossen. Mit Hilfe von EU-Förderungs- und Altstadt-Sanierungsmitteln wird um den historischen Imster Stadtkern eine Stadtmauer errichten. Höhe 8 Meter, Mauerdicke 1 Meter, Schießscharte, Pechnase und Hochhaisle zum Kassieren der Durchgangsgebühr werden eingeplant. Betreten wird die so entstandene Altstadt durch drei Tore. Das Vogelhändler-Tor beim Klästerle, das Bergwerks-Tor am Stadtplatz und das Gläserne-Tor am Lein. Die Heiser innerhalb der Stadtmauer werden im Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts renoviert. Die linke Häuserzeile der Kromergasse kann um zwei Stockwerke aufgestockt werden. Damit wieder ehemals blühende Handwerksbetriebe angesiedelt werden können. Genau wie in der Chronik von 1811 angeführt. 43 Schneider, zwölf Tischler, 23 Schuchter, Brandweibrenner, Fleisch aus Hocker und so weiter und so weiter. Auch Schnurthes Homer hat weithin hörbar zu Glockens. Täglich flanieren zwei voll ausgerüstete Vogelhändler durch die Altstadt als besondere Fremdenverkehrsattraktion. Diese werden vom Tourismusverband gestellt und bezahlt. Der Baubeginn für dieses, für uns einmalige Projekt ist ein noch unbestimmtes Frühjahr. Der Gemeinderat hofft mit diesem zukunftsweisenden Vorhaben, den Tourismus wieder anzukurbeln und die Innenstadt zu bevölkern. Der Gemeinderat. Der Gemeinderat. Aber wir drücken sie nicht an. Nein, 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 nein. Das ist nicht ein... Mauer, das ist nicht... Mauer, das ist nicht... Mauer, das ist nicht... Lass uns das doch ein... Jetzt lass uns das doch ein... Die erinnern wir den Tauber mal gesehen. Wenn dir früher schon kein Geld hätte für eine gescheite Stadtmaure, wir haben es! Lautbogen, was von manchmal reden! Wir Steirthaler haben es! Ja, 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 ja! So, und jetzt, hab ich einen durchgedrucken, bin ich von dem vielen reden, dass ich ihm ein Backsagen kann, Trainerin! Geh, bring mir ein Bier jetzt mal, wir bauen! Ein halber Weinmeister, und Karte! Ja! Ja! dann, Ja! Mal, Ja! Ja! das ganze Tag! ich bin, ich bin, ich bin! die ganze Tag! Mit damals ein Solo begleit, aneinander geh'ch' vorbei. Ein gewöhnliche Summe, du mein Rechte-Hützerei. Doch mein Sucht ist doch anders alt und bei einer Gnädigkeit. Als Gouverne dort drinnen kennt, droges Blick und Zeit. Ach, jeder lebt besonders Wille und nach sein Eugnetzien. Mei, wenn wir da alt wissen, da des gab' ein Geschicht, nur viel. Da auslacht, bis da andere sei, bei einer Gnädigkeit. Als Gouverne dort drinnen kann, droges Blick und Zeit. Wie der Mensch, der Teamherr von kurzer Lebe kützt. Da weilt der Tat für alle, das als Regen so schu' gretzt. Wie jetzt vor der Niederfinn spuckend, um's mega fremde Wald. Ich bin des ganze Jahr gegweint, und denk' auf einmal Zeit. Ja, damals ist so laufend leit, aneinander geh'ch' vorbei. Ein gewöhnliche Summe, du mein Rechte-Hützerei. Doch mein Sucht ist doch anders alt und bei einer Gnädigkeit. Wie jetzt vor der Niederfinn spuckend, droges Blick und Zeit. Wie der Mensch, der Teamherr von kurzer Lebe kützt. Da weilt der Tat für alle, das heißt Regen so schu' gretzt. Wie der Mensch, der Teamherr von kurzer Lebe kützt. Kütz, Kütz, Kütz. Ha, ha, ha. Da weilt der Tat für alle, das heißt Regen so schu' gretzt. Sacklieb und's Geld sind zwar spezielle Kapitel. Ein Teil hab ich's ja toll genährtig. Und da gibt's ein Beispiel, wie's auf eine andere Art auch geht. Spater. Da ist einmal ein Bauersbuch gewesen, der möcht halt soviel gretz die Alpstunde bei dem Pater gleich als Knechtchen angestellt werden. Er stellt sich vor. Der Pater seht, ich datig gret nemmen. Zuerst hast du nicht viel, aber später weißt du, dass du da herkommst. Der Pater denkt nach, eine Weile und sagt, das lässt ernstlich zum Pater. Ich hab mir's jetzt gerade überlegt. Ich muss, ich komm echt später. Freigeboten! Wir gehen doch nicht. Was macht's? Wenn ich sechs Verloppen da hab, dann wär's wohl dir da. Die Leitrechte. Dann hab ich einen falschen Spiegel, dass du was da dort magst. Also, vom Fass, Bletsche. Ich hab mir einen Sepad dazu. Ja, mei. Wir haben halt noch ein Glick hinter mir. Ja, genau. Genau wie der Muchaler. Ja, stellt sich vor. Der hat heimt, die dritte Schwester, von seinen bereits verstorbenen zwei Frauen geheiratet. Nein, ich dachte, dieser Tepp, mit denen ist er ausser der Mitgift nichts angefangen. Das heimt, solcher Beis zuhangen. Ja, ja. Der armer Kerl hat auf der Welt schon die Hellkette. Ja, und du meinst, die dritte ist besser. Ja, komm, Herrle, ja, überhaupt nicht. Ja, nein. Und wieso heiratet er dann auch schon die dritte von denen? Er hat gesagt, dir kommt sieb, schafft Roti ein Lungen aus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Eins gibt viel, die hat das Bein ins Lachen Und deren Zweige können wir uns miteinander halt nicht machen Na, na Na, na Na, na Der Hermann Kopp, der ältere Bruder von Jakob Kopp, ist ja heim noch in Imst Viel ältere Leute jedenfalls, aber überhaupt viele Leute in Erinnerung Das Joch hat man gesehen, er hat gerade so ausgeschaut wie sein Vater Joachim Da hat man gesehen, ah, hat gerissen das Joch Und der hat 1880, wie man die Inbrücke gebaut hat, ein Auge verloren Und ist überhaupt nach ein bisschen komischer Kauz geworden Und ist in einem armen Haus zum Schluss versoffen, muss man sagen Leichter Tod Von auch ein Trager hat man geredt Ich stob an Liebsterdrein im Bett, seht einer Und möchte ein guter Wort Drast, wie des Wildscht, das Gehen bleibt halt hart Drast, wie des Wildscht, bleibt allweg hart, seht's Kopp ein Joch und streicht ein Bart Leichter Joch soll wertig sein Das Joch lacht und schenkt dem Brandwein ein Ich zahle in armen Hauskondeln Drum schieb bei mir fürs Erste Gmuh Und das Andere wäre zu auferstehen Ich brauche allein ein Auge zu tun Das Joch lacht und schenkt dem Brandwein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da schaut er mich zuerst noch einmal an und nachher sagt er «Oui». Es dauert nicht lange, ein anderer kommt. Ist das ein schöner Dress? Er schaut sich an und lächelt und nachher sagt er «Yes». Ein Dritter steht bei Brücken, dann fragt er «Fahren Sie Ski?». Da dreht er sich ein Augenblick zu mir und sagt «Sie, sie». Der vierte ist der Dicker gewesen. Ich frag ihn «Geht's heim zahch?». Da sagt er «Jod, wie es immer geht, Herr Pfarrer, jodentach!». Zum Lächsten sag ich frühtli noch «Sparmetter lausigstert». Der hängt den Grint und ochtzgetraue «Odius», schneitzt und geht. Da sagt man auch «Die Imstersprache ist grob und ist in die Schiene». Da sieht man es ja. Die halbe Welt kann heim scho imsterisch verstehen. Das war's für mich. Da sieht man es ja. Das war's für mich. Schöne aus der Schöne, Schöne aus der Schöne, Schöne aus der Schöne, und es kalt nur der für Ruh und Schuhe, der Liebeswort kommt. Amen. — Himmelern und aufただ weg, es zieht mich zurück zurück zu Barmach dawn. — Genau wie voll und voll, als ist es bald. Was ist mir heute, seit wir es sind, wo wird Waldo abends geschweig. Es leid steigle, das ne bachle, oder sei es leid reißer Tee. Es leid steigle, das ne bachle, in der Dorge, in der Wind, wo Kindheit wäre. In der Platze, in der Bank, in der Kopf, in der Schock, da wäre doch wohl. No, 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 no. Ich wollte direkt den Sollten nicht, das ist halt all der Unnutspflicht, wenn der Woschtern unterm Sturm mir war mir, war mir, war mir. Mein Tuch, unsere Gräber, und vom Wort dort, ich muss, als miteinander, die sich tun wird, und kein Zuhneleib bewandern. Da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte die Frau Kommerzialrat, Maria Gamper, auf die Bühne bitten, dass sie vielleicht noch ein paar Worte sagen kann. Nacht und Heind, das war also jetzt innerhalb der 100 Jahre Stadt Imst die vierte Uraufführung. Und heute die Grube Hund, ich meine, da kann man wirklich nur Dankeschön sagen, weil damit ist bewiesen worden, wie gut Modernes, Altes, Tradition und Bestehendes zusammenpasst. Und das, finde ich, wäre der richtige Weg. Nur so schnell ist es eigentlich nicht gegangen. Denn die heutige Gruppe, Grube Hund, die jetzt ihre CD fertig hat, ich glaube, die haben Tag und Nacht gearbeitet. Und dafür ist ihnen wirklich ein großer, großer Dank zu sagen, weil sie uns wieder bewiesen haben, wie vielfältig die Kultur sein kann und wie vielfältig man sie auch gewähren lassen muss. Und wenn auch einmal irgendwo, ja, wenn auch einmal ein bisschen was Verrücktes dann einmal ist, soll man es auch gewähren lassen. Kultur ist eine Vielfalt, die, diese Vielfältigkeit, die befruchtet, die vielfältigen Strömungen befruchten einander. Ich möchte, ich möchte im Namen von uns allen, der Gruppe und allen Aktiven Dankeschön sagen, der jungen Gruppe viel Erfolg wünschen weiterhin und Ihnen danken für die Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch anschliessen mit ein paar Dankesworte an alle Beteiligten, alle Beteiligten, die heute da waren und es ermöglicht haben, dass die ganze Veranstaltung stattfindet, erkennen, so wie sie abgelaufen ist. Unsere V-Wirtin, die Helma Fink, danke Helma. Der Herr Ausschaller, der Nächste von ihm ist, Sand Ernst. Jäger und Fischer vom Feinsten, Pfeifferwalter und der Bosch Matthias, danke schön. Ja und einer, der auch als Nachtwächter eine gute Figur angeht, das war der Fleur Martin, danke Martin. Ja und der Mann, der eigentlich viel mehr ist als ein Geschichtenerzähler, so wie es auf unsere Plakate gestandet ist, Wilfried Schatz, Vulgo, Tschette, Willi. Ja, da möchte ich jetzt einmal die Musiker vorstellen und gleichzeitig auch ein riesiges Dankeschön an sie alle sagen. Und zwar war da einmal, fange ich mal an mit Schlagzeug und ein paar Kassens, der Rampftl Hermann und der Hugo Gitterle. So, Brunner Thaler. Bravo Brunner. Die Solo-Gitarre, der Gregor Schatz. Bravo Gregor, danke schön. Am Saxophon, Helmut Schöpp, Vulgar-Zufer-Heli. Bravo. Ander Thuba, der Kirchel Walter von der Imster Stadtmusik. Ja und auf unserer CD, da tat nochmal der Clemens Bergtal-Passspiel, der ist in seiner letzten Minute der Krank, das haben wir uns einen Ersatz holen müssen. Das war der Nevi aus Silz. Nevi. Und ein besonderes Dankeschön natürlich an alle Sänger vom Imster Liederkranz, der übrigens auch auf der CD zu Herrn ist. Danke, dass es mich gesungen hat. Dankeschön. Ein besonderer Fred macht mir jetzt die nächste Ansage, weil die zwei haben mindestens genauso mitgefirbert und mitgearbeitet und sich gefrebt mit uns die Evelyn Johen und Peter die Frau und die Brigitte, meine Frau. Und jetzt möchte ich mich noch bei allen denen entschuldigen, die wir eventuell vergessen haben zum Auszählen. Es sind einfach zu viele gewesen, die da wirklich bei der Sache mitgegangen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, feiert es noch ein bisschen mit uns, esst etwas, trinkt etwas und Dankeschön an alle, die heute da waren. Viel Spaß mit Ihnen. Dankeschön.